Heute beschäftigen wir uns mit einer Frage, die mir immer wieder gestellt wird, und zwar macht es Sinn, eine Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Rente miteinander zu koppeln? Und ich würde direkt mal mit einem kleinen Beispiel einsteigen, einem Beispiel, was ich selbst bei meinem Mandanten gesehen habe, und zwar hat er 170 Euro monatlich gezahlt für eine BU gekoppelt mit einer Rente. Am Ende bedeutet das, er hat 400 Euro BU-Absicherung und irgendwann 55.000 Euro Rente zugesagt bekommen. Die 400 Euro BU-Absicherung sind komplett für die Binden, also schon mal vornweg gesagt, das ist, kann man auch als Spende für die Gesellschaft ansehen, das bringt überhaupt keine Punkte, dort mit 400 Euro Absicherung ranzugehen. Also entweder man macht es richtig oder gar nicht. Gar nicht ist eigentlich keine Option, aber macht es richtig und nicht mit 400 Euro. Wir haben das ganze Thema nämlich mal umgestellt, weil die 55.000 Euro, die klingt zwar auch erstmal gut, aber wir schauen einfach mal, wie es nach der Umstellung aussah. Und zwar hat er dort 70 Euro monatlich für die BU bezahlt, oder bezahlt es ab jetzt und 100 Euro monatlich für die Rente. Grundsätzlich hat er jetzt eine Absicherung von 2500 Euro für seine BU und 110.000 Euro, die er mit 77 Euro aus seiner Rente bekommen würde. Beziehungsweise die bekommt er dann logischerweise monatlich ausgezahlt, weil das die Absicherung des Risikos ist oder die Absicherung des Langlebigkeitsrisikos ist, sodass er halt lebenslang von diesen 110.000 Euro zerren kann, egal wie alt er wird. Bedeutet, wir haben seine BU-Leistung mal ganz entspannt versechsfacht und seine Rentenleistung verdoppelt, indem wir einfach die Produkte aufgelöst haben, die richtigen Anbieter dafür gefunden haben und das Budget gleich gehalten haben. Das ist übrigens das, was ich immer wieder sehe. Viele sagen, ja, versicherungstechnisch bin ich super aufgestellt, alles entspannt, alles gut. Hat er eins zu eins genauso gesagt, er hat das schon ein paar Jahre laufen, das läuft alles, ist super, vertraut dem Berater und, und, und. Ja, und in den meisten Fällen sieht es dann aber genauso aus. Das ist das Problem. Man muss sich halt mal damit auseinandersetzen, damit solche Sachen offenbar werden. Und hier geht es um einen Unterschied von 55.000 Euro alleine für die Rente und halt nochmal einen extremen Unterschied in der Ablaufleistung oder in der Leistung der Berufsunfähigkeit, des Falles der Berufsunfähigkeit. Wir gehen einfach mal direkt rein, was denn überhaupt die beiden Sachen sind, um das Ganze zu verstehen, ob es Sinn macht, die zu koppeln. Und zwar haben wir ja immer zwei Phasen im Leben. Die erste Phase ist, ja, die Phase der, oder die Ansparphase, die Arbeitsphase. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir ein gewisses Einkommen. Und irgendwann gehen wir in Rente. Das bedeutet, wir starten hier mit Einkommen X. Und das wird ja über die Jahre tendenziell ein bisschen mehr. Es gibt ein paar Gehaltssteigerungen und so weiter und so fort. Im besten Fall führt das bis zur Rente durch. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist aber dafür da, wenn es hier einmal einen Schnitt gibt, du aufgrund einer schweren Krankheit, aufgrund von Psyche, Erkrankungen deiner Muskeln, Skelett, Apparatur oder was auch immer, nicht mehr arbeiten gehen kannst, deinen Job nicht mehr ausüben kannst. Das würde bedeuten, wenn du keine BU hast, fällst dir unten auf die normale Grundsicherung des Staates und kannst dann im schlimmsten Fall bis zur Rente oder musst im schlimmsten Fall bis zur Rente davon leben. Die BU ist nun dazu da, dass die immer so ein Auffangnetz direkt unter deinem Einkommen ist. Und sobald du berufsunfähig wirst, sorgt sie dafür, dass du weiterhin ein geregeltes und vor allen Dingen auch stetig steigendes Einkommen hast. Das sollte im besten Fall auch noch mit vereinbart werden, dass du garantiert jedes Jahr eine kleine Rentenerhöhung bekommst für den Fall deiner Berufsunfähigkeit. Das heißt im Endeffekt, dass dieses Risiko hier abgesichert wird, was auch mehrere hunderttausend Euro umfassen kann und wird, wenn du wirklich mal berufsunfähig bist. Sobald du in Rente bist, ist die Leistung der Berufsunfähigkeit in der Regel vorbei, weil dann tritt das Rentenalter ein. Ab diesem Zeitpunkt hast du auch ein gewisses niedrigeres Einkommen, aktuell sind wir ca. bei 40 Prozent und die meisten haben mitbekommen, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Und dafür ist natürlich die Rente da, um das ein Stück weit aufzubessern und zu sagen, okay, ich möchte hier meine gesetzliche Rente erhöhen und dafür spare ich mir was an und bekomme noch monatlich etwas ausgezahlt. Das Wichtige bei der Rente ist natürlich da, dass die bis zum Ende deines Lebens auf jeden Fall zahlt. Also egal, ob du 150 Jahre alt wirst, der Vertrag gilt so lange und du bekommst auch so lange Geld. Selbst wenn diese 110.000 Euro hier in dem konkreten Fall schon aufgebraucht werden, wird noch weiter monatlich die Rente gezahlt. Und ja, genau dieses Risiko gilt es halt hier abzusichern. Also man sieht grundsätzlich, es gibt zwei komplett verschiedene Risiken, die hier abgesichert werden. Einmal die Berufsunfähigkeit und einmal die Rente. Und die sollte man in der Regel immer voneinander trennen. Das nächste Thema ist das Steuerthema. Und dort ist es so, das muss man mit einbeziehen, ist aber kein alleiniges Entscheidungsmerkmal für irgendeine Entscheidung über eine Investition oder eine Absicherung. Eine alleinstehende BU zum Beispiel, also eine BU, die wirklich für sich abgeschlossen wird, wo nicht noch irgendein Vertrag mit drin hängt, die ist steuerlich in dieser Ansparphase, in der Einzahlungsphase nicht begünstigt. Bedeutet, du bezahlst deine Beiträge und kannst sie nicht steuerlich absetzen. In der Auszahlungsphase hingegen ist es erst recht spät oder bei einer recht hohen Absicherung so, dass du wirklich Steuern zahlen müsstest. Wie hoch der Steuersatz ist, das richtet sich immer noch ein bisschen nach deinem Alter, ab welchem du berufsunfähig bist. Also das kann man nie pauschal sagen. Aber tendenziell wirst du relativ wenig Steuern oder sehr wenig Steuern darauf zahlen. Das zweite Thema ist halt die Koppelung von Berufsunfähigkeit und Rente. Dort ist es meistens so, dass du die Berufsunfähigkeitsbeiträge absetzen kannst steuerlich als Vorsorgeaufwendungen. Das klingt immer erstmal gut. Das Problem ist aber, diese Vorsorgeaufwendungen, die haben nur einen gewissen Betrag pro Person. Und dieser Betrag bezieht sich nicht nur auf alles, was man in die Rente und in die Berufsunfähigkeitsversicherung einzahlt, sondern auch auf zum Beispiel die gesetzliche Krankenversicherung und die gesetzliche Pflegepflichtversicherung. Und da ist schon das Problem. Der Freibetrag oder der Betrag, der da angesetzt werden kann, der wird meistens schon durch die gesetzliche Krankenversicherung aufgebraucht. Das heißt, theoretisch kannst du die Berufsunfähigkeitsversicherung mit absetzen, was cool wäre. Aber praktisch wird es in den wenigsten Fällen überhaupt funktionieren, weil halt dieser Freibetrag relativ gering ist und schon durch die Krankenversicherung aufgebraucht wird. Und dann kommt noch hinzu, wo der Staat gibt oder etwas zugesteht. Da nimmt er sich auch wieder was. Bedeutet in dem Fall die Berufsunfähigkeitsrente, wenn es zu dem Fall der Berufsunfähigkeit kommt, wird stärker besteuert. Im konkreten Beispiel würde das bedeuten, er hat eine selbstständige BU, 2500 Euro. Damit ist er gut abgesichert. Wenn er aber eine BU mit Rente gekoppelt hätte, dann würden die 2500 Euro nicht reichen, weil die Steuern darauf stärker sind. Das heißt, wir müssten 2006, 7, 8, 900, je nachdem, wie die Situation dann genau aussieht, absichern. Was natürlich dazu führt, dass auch die BU-Beiträge von weg wieder höher werden. Also das ist immer ein sehr zweischneidiges Schwert. Wie gesagt, die Entscheidung über eine Versicherung oder eine Geldanlage sollte niemals nur auf dem Steuerthema basieren. Aber man sieht hier schon, es gibt natürlich auch immer einen Nachteil und der vermeintliche Steuervorteil, den es hier zu geben scheint, der wird in den wenigsten Fällen wirklich zum Tragen kommen. Wenn du weitere Infos zu Versicherungsprodukten, zu Investitionen haben möchtest, dann kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ansonsten machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema und zwar der Undurchsichtigkeit. Bedeutet zu gut Deutsch, du hast zwei Versicherungsprodukte, habe ich ja vorhin schon erklärt, zwei verschiedene Risiken absichern. Bei allen Versicherungsprodukten ist es so, dass es sowieso schon schwierig ist zu sehen, was sind überhaupt Kosten in den Produkten und was geht denn überhaupt ab von meinen Beiträgen und was wird wofür verwendet. Wenn du jetzt zwei verschiedene Versicherungsprodukte nimmst und die zusammenfügst, dann wird das natürlich noch viel schwieriger zu durchschauen. Plus zwei Produkte haben einen höheren Aufwand, wenn das so eng ineinander greift, für die Verwaltung, was natürlich wieder zu höheren Verwaltungskosten führt. Also tendenziell wirst du sowieso höhere Kosten haben für so ein Kombiprodukt und wirst nicht genau wissen, welche Kosten wofür denn abfallen. Es gibt auch übrigens ein interessantes Beispiel dafür, also grundsätzlich ist ja auch so, wenn man die Produkte koppelt, muss man sich auch für einen Anbieter entscheiden. Der eine Anbieter, der für die BU gut ist, ist aber nicht unbedingt für die Rente gut und umgekehrt. Es gibt ein eindrucksvolles oder ein schönes Beispiel zum Beispiel bei der WWK. Die haben irgendwann mal gesagt, okay, wir haben keine Lust mehr auf Berufsunfähigkeitsabsicherung und haben halt wirklich Abwehrkonditionen eingerichtet und gesagt, okay, wir haben keine Lust mehr, die Leute anzunehmen. Wir legen dir halt eine teure BU hin. Wenn du sie das Produkt gekoppelt werden würde, wäre der Anbieter halt für die Berufsunfähigkeitsversicherung auf jeden Fall schlecht, weil sie von sich aus entschieden haben, wir sind in dem Fall halt nicht der Nummer 1 Anbieter. Wir wollen uns halt eher auf dieses Altersvorsorge-Thema zum Beispiel spezialisieren. Also dort ist es natürlich auch noch ein Riesenthema, welcher Anbieter kann was wirklich gut, denn keiner kann wirklich alles gut. Der letzte Punkt ist mir ein bisschen ja auch in der persönlichen Beratung aufgefallen. Das ist bei vielen Vertriebenen ein Ding und zwar gibt es ja eine Beitragsdynamik, gerade in der Berufsunfähigkeitsversicherung, die auch durchaus Sinn macht. Das bedeutet halt, dass du jedes Jahr ein Schreiben bekommst und dort steht drin, du kannst deine Berufsunfähigkeitsrente von zum Beispiel 2500 Euro jedes Jahr um drei Prozent erhöhen. Dafür musst du natürlich drei Prozent mehr Beitrag zahlen. So weit, so gut, alles gut. Du kannst ja damit deine Gehaltserhöhungen auch mit ausgleichen. Also jedes Jahr zwei, drei Prozent Gehaltserhöhung, das kannst du mit der Beitragsdynamik ganz einfach nach oben angleichen, sodass du halt nie wieder irgendwelche Gesundheitsfragen beantworten musst. Wenn du aber deine BU mit Rente koppelst, würde das ja bedeuten, diese Beitragsdynamik entfällt auf beide Teile. Also im konkreten Beispiel würdest du halt bei der Koppelung zwei, drei, fünf Prozent auf 170 Euro jährlich mehr Beitrag zahlen. Und auf der anderen Seite würdest du nur 70 Euro für die BU mehr Beitrag zahlen, um halt deine Berufsunfähigkeitsleistung nach oben zu treiben. Macht natürlich auch gerade langfristig, jeder der Zinseszinseffekt verstanden hat, mehr Sinn, das zu entkoppeln und zu sagen, okay, ich möchte meine Berufsunfähigkeitsleistung erhöhen, aber meine Rentenleistung soll zum Beispiel gleich bleiben. Da hat man viel mehr Spielraum damit. Und ich habe es auch oft schon gesehen, dass wirklich eine krasse Beitragsdynamik mit drin war, also wirklich zehn Prozent, die ja schon alleine auf die Berufsunfähigkeitsrente alleine nicht tragbar wären, die aber in einem Kombiprodukt waren. Also ein Kombiprodukt von 150 Euro, was jedes Jahr zehn Prozent Beitragsdynamik drin hat. Das wird niemand lange durchziehen können. Das sind ja im ersten Jahr schon 15 Euro mehr Beitrag, im nächsten Jahr sind es, keine Ahnung, nochmal 16,50 Euro. Das wird ja immer mehr und spielt sich ja noch ein ganzes Stück hoch. Und es ist einfach nicht tragbar, was ja diese Beitragsdynamik den eigentlichen Sinn davon komplett aus dem Fokus verliert, dass du halt sukzessive in kleinen Schritten deine Berufsunfähigkeitsleistung zum Beispiel nach oben anpasst. Zehn Prozent ist auch optimiert, aber eher provisionsoptimiert für den jeweiligen Vermittler, dass der halt möglichst schnell möglichst viel Provision bekommt, wenn du die ersten zwei, drei Jahre sagst, sag zehn Prozent nehme ich mit. Das ist halt wahrscheinlich eher die Denkweise deiner. Es wird auf jeden Fall niemanden nachhaltig irgendwas nützen. Das wollte ich noch kurz dazu loswerden und ja grundsätzlich denke ich, habt ihr den Internet schon mitbekommen. Eigentlich ist es in 99 Prozent oder nicht eigentlich, es ist in 99 Prozent der Fälle nicht sinnvoll eine BU und eine Rente miteinander zu koppeln. Es sind zwei verschiedene Produkte, die Kosten werden undurchschaubar und verschiedene Anbieter können verschiedene Sachen gut, aber keiner kann alles gut. Das ist immer das Problem. Es gibt keine Firma der Welt, die in allen Bereichen gut ist und genauso gibt es auch keine Versicherungsgesellschaft der Welt, die wirklich alle Versicherungen gut anbietet. Und oftmals ist es so, entweder gute BU oder gute Rente. Nicht beides. Und das eine Prozent, in dem es doch Sinn macht, das sind wirklich Spezialfälle. Also zum Beispiel gibt es spezielle Berufsgruppen mit Dienstunfähigkeitspolizei oder Berufsunfähigkeitsversicherung mit Dienstunfähigkeitsklausel, die halt nur mit so einer Koppelung von DU und Rente angeboten werden. Oder wo es halt einen Anbieter gibt, der da extrem gut ist auf dem Bereich, aber halt nur mit der Rente anbietet und trotzdem mit diesem Kombiprodukt noch besser ist als die Konkurrenz. Dann kann es zum Beispiel Sinn machen. Oder ich habe schon mal den Fall gesehen, dass es so ein Kombiprodukt gab und es dafür gesorgt hat, dass die Gesundheitsfragen in der Berufsunfähigkeitsversicherung vereinfacht waren. Bedeutet, wenn du schon Vorerkrankungen hast, kannst du drauf pokern und sagen, okay, vielleicht sind die Gesundheitsfragen dann besser für mich und bekommst halt eine BU oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die du sonst gar nicht bekommen würdest. Dann kann es in bestimmten Fällen Sinn machen. Ja, aber 99% der Fälle ist es einfach überhaupt nicht wirtschaftlich und überhaupt nicht sinnvoll und wird nur gerne so verkauft mit verschiedensten Argumenten. Übrigens vielleicht noch als kleine Ergänzung. Oftmals wird es auch so verkauft, dass du, wenn du deine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht nutzt, in der Rente ja die Beiträge wiederbekommst. Aber das ist einfach nur eine Falschaussage von dem Berater, weil es immer cool klingt. Oh, wenn ich eine Versicherung zahle und ich nütze, dann bekomme ich das Geld wieder. Klingt gut. Wird nie passieren. Wird nicht passieren, weil die Versicherungsleistung, du bezahlst ja eine Prämie dafür, dass dein Risiko abgesichert wird. Da wäre der Versicherer ja blöd, wenn er dir das wieder zurückzahlt. Wenn du irgendwann was wiederbekommst, dann ist das durch einen separaten Rentenvertrag in diesem konkreten Vertrag zurückgezahlt worden. Also immer genau prüfen, wenn es nur einseitig positive Steuermeldungen gibt und wenn du aus Versicherung was wiederbekommst, wenn du sie nicht nutzt, dann ist meistens ein Haken dabei. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, dann klickt auf Abonnieren, klickt auf das nächste Video und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao.